Wie geht's jetzt? Wie geht's jetzt? Ja, einmal jetzt bitte kurz ruhig. Alles klar, 10-4. Wir warten jetzt noch kurz auf Vito. Ich hoffe, ihr seid alle bewaffnet. Habt Westen dabei. Westen an. Ich hoffe, eure Waffen sind alle durchgeladen. Das gilt jetzt bitte noch einmal zu überprüfen. Wer macht das Aquarium? Hallo! Digga, was? What the fuck? Der hat einen Schläger rausgeholt. Wir sind weg. Was war denn das? Was war das? Ich schwöre, ich hab nichts. Das gibt die Kündigung, Bruder. Ich schwöre auf mein ganzes Leben. Ich habe nichts gemacht. Was war das? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Kündigung ist raus. MWK aufgelöst. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Vito. Alter. Ich hab nichts gemacht. Putsch, Putsch, Putsch. Auf anders gesagt, mein Charakter hat alles gemacht. Na, Vito, draußen draußen. Vito. Wenn du dich immer verletzt haben hörst, lass schon mal verletzen. Warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Was geht bei euch? Das sind Kollegen hinter dem Fenster. ich bin so gut wie tot ich bin so gut wie tot warum schlagt ihr mich weil sie den kollegen angegriffen haben ich würde trotzdem bitten kurz vorne noch zu warten als sie mich jetzt dreimal geschlagen haben du hast doch angefangen das stimmt nicht wir haben das ganze beobachtet weil man kann ja nicht durchgucken ich krieg hier noch eine gehirnenschütterung sind wir ich würde sagen wir fahren den 90ern unser auto ist kaputt ich glaube ich wollte nur wissen wir fahren noch einmal zu 63 markier 63 unser auto klein ja ist doch egal doch schon fährt doch trotzdem scheiße gehabt ok wie war wie zum teufel kann sie lassen mein punkt über schreiber aber ich zeige nicht welchen punkt weiß ich nicht satudara 63 markiert ich habe zwischen 63 und 64 markiert unser auto macht geräusche unser auto kipp ist das normal es wird immer schneller das wird immer schneller es wird immer schneller ich glaube das ist ein bomben timer wenn wir gleich entzumieren ja dann fahren sie bis es auf geht super bis nach peng meinst du bist entzutieren eine war die musiklauter drehen ok ja hier ist auch nichts los dann wird einmal jemand den reparatur getackt den panzerwagen reparieren und dann haben wir wieder zum pedig das ist wahrscheinlich wieder der fehler den wir schon mal hatten den einmal bitte reparieren der hier auf der straße steht wenn jemand die taste dabei hat also wenn ich den schaden ja noch gesehen hatte ist der schaden ja auch plötzlich auf 60 prozent runter wahrscheinlich ist das wieder dasselbe fehler nur das man jetzt nicht mal sehen kann dann